So Leute, ihr seht es am Hintergrund, das wird mal wieder eine Dragoran-Post. Oh, da habe ich mich wohl irgendwie vertan, das liegt ja ganz falsch rum. Ja, es gibt eine Dragoran-Post. Mal sehen, was das nette Dragoran mir heute gebracht hat. Ich schaue mal, ich warte auf einen Tausch und auf einen BCBM. Ich gucke mal, ich habe hier den Brief, den werde ich jetzt hier öffnen. Und dann schauen wir doch mal gemeinsam da rein. Ich denke allerdings, dass das nicht der Tausch sein wird, sondern eher das BCBM. Ist einfach gerade irgendwie naheliegender. So. Mal hier reinspringsen, er ist leer. Und das hier ist die Karte, die wir erworben haben. Die ist, ich sehe das hier schon wieder, die ist schon wieder echt komisch zugeklebt. An dieser Seite. Immerhin ist sie ja im Top-Loader drin, also ich weiß nicht. Ich schaue mal eben, ohne zu spoilern. Ich will ja nichts spoilern. Das waren diese Klebehüllen hier. Die sind eigentlich ganz nice. Ja, doch. Ich habe mich zu Unrecht aufgeregt. Die sind eigentlich ganz nice. Kann man mal schön verwahren. Und es geht um dieses BCBM hier, diese schicke Karte. Welche Karte das sein wird, das seht ihr jetzt. Mega-Bisa-Floor-iX. Ja. Leider bin ich nicht dazu gekommen, diese Karte aus einem Booster zu ziehen. Ich habe das Set X und Y ja auch nicht instant gesammelt. Ich hatte mal ein Display davon. Oder auch zwei. Auch ein paar Booster, sogar sehr viele. Aber so richtig instant gesammelt habe ich das Set jetzt nicht. Und deswegen kam ich nie zu dieser Karte. Und deswegen habe ich sie mir jetzt einfach für ein kleines Entgelt hier bestellt, gekauft. Seht, wie ihr es wollt. Und das ist das BCBM. Mega-Bisa-Floor-iX mit 230 Kp. Das sehe ich jetzt erst. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Krisenranke zieht dem anderen gegnerischen Pokémon 120 ab. Das ist einfach richtig, richtig nice. Und das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt paralysiert und vergiftet. Das ist sehr ehrlich. Braucht man natürlich auch vier Energien für. Ist sehr krass. Aber dafür auch so sehr stark. Ja. Das ist natürlich die Weiterentwicklung von Bisa-Floor. Das war das tolle BCBM. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kurz, aber knackig. Euer Gerard aus der Match verabschiedet sich an dieser Stelle mit gepflegter Unterhaltung. Mit einem lauten Tschürmere und Ciao mit Vau. Bis dahin. Tschüss.